Alter, ich bin noch nicht mal drinnen, no Mongo. Voll aufgenommen. Also, ja, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Season, Season 2. Season, Season 2. Janis, guck mal. Guck mal. Ja? Ich werde nicht auf mich warten. Ich werde mich auf den Hintern schlagen. Wo? Geh weg. Weiche von mir, Lampen. Tschö. Okay. Was spielt die Game? Alter, viel zu viel zu. Ich werde vielleicht den Wegpunkt ausleuchten. Sonst bin ich auf Steuerung. Äh, kann ich denn die... Äh, Option. Oh, oder du musst... Äh, Johan, was hast du essen für mich? Ich, ja. Du packst bei mir bis in den Boden rum. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich setze hier gerade ein paar Fackeln hin, weil ich habe keinen Bock auf... Also, wir gehen jetzt... Cool, das geht doch mal her. Cool, weil ich sie neben dich. Ja? Ich hatte aber mal Halt in der Hand. Laufen wir jetzt erst eine Richtung, oder wie hämmer sie es? Ja, ich weiß nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir laufen erst mal nach unten, oder? Wo sind denn die? Äh, ich bin nicht da oben. Ja, wo sind... Da war irgendwo ein Skelett. Ach, da unten. Aber ich glaube, die haben die Sachen. Hast du die Diamanten? Nee. Oh, Mann, ey. Die sind alle weg, jetzt. Ach so, genau. Ich habe eine Bogenstärke 1 jetzt. Pff, toll. Ach, komm, ey. Geil, da ist ein Smaragd, Juli. Du hast ja Wasser einmal. Jonas, geh nur mal runter und guck, ob die da sind. Wer die? Die Diamanten. Ja, ich habe alle wegkissen. Alter, WCF, wie so leck das bei mir jetzt so. Ja, ich geh nur mal runter. Geil, ich sehe schon den nächsten Smaragd. Hammer, geil. Jawohl. Ich habe zwar nicht gesehen, wo ich hingesprungen bin. Wo bist denn du gestorben? Ja, ja. Äh, vergiss nicht, was einmal zu sitzen. Ich bin hier unten. Äh, Juli, wo bist du? Ich bin woanders langgegangen. Oh Mann, ich bin hier unten. Jetzt komm wieder zurück. Ja, ich komm zurück. Komm zurück. Da ist Gold. Warte, das war ich noch schneller. So, jetzt. Ich komm zurück. Da ist Eisen. Ganz dumme Edel. Da ist noch was von dir oder von mir. Keine Ahnung. Ja, Junior. Generieren. Okay, warte, ich komme. Ich komme jetzt. Ich komme. Oh, ich glaube, ich sehe Dias. Dann ist schön. Nee, es sind doch keine. Dann ist scheiße. Ja, ihr habt doch die ganzen Dias weggeessen. Ja, jetzt nimm mal. Äh. Alter, ich bin hinter dir, Janis. Ich weiß. Was machst du, Ellie? Geh oben sind glatt drauf. Nein. Oh, kacke. Blick runter, das Gedett. Huiiii. Der fliegt aus und das tut. Wow, 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 wow. Ja, ich hab mich umbringen lassen. Oh mein Gott, das bewegt sich die Kaffee. Ja, hast du den Wasser einmal? Das war was einmal? Den, wo du verloren hast? Äh, nö. Ja, ich hab einen. Ja, ich hab mich umbringen lassen, damit ich hier oben bin. Okay, das ist mein Verspackpunkt. Janis, willst du wieder hoch? Nee. Ich will hier nur das Wasser wegmachen, dass wir... Meinst du etwas so? Nein, ich mein so. Weißt du, dass man hier auch noch laufen kann. Okay, mein PC verabschiedet. Ja. Achtung, Skeleth. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ja. Aber so richtig schlecht. Oh ja, wie viel Kohle. Ja. Äh, ja. Baut das erstmal weg. Ja. Wir haben aber gar kein Holz dabei, gell? Das heißt, wenn uns... Ich hab Holz dabei. Wie viel? Äh, 28 Holzplanken. Alles klar, das reicht, glaub. Was ist jetzt? Lol. Ich glaub, bei der Lina leckt's zu arg, oder? Äh. Boah. Bisschen kommt auch gar nicht auf sein Leben klar. Ich glaub, ich hab zu viel Mühe auf dem PC. Achtung, da geht's glaub runter. Ja, das hat ich für einen... Ja, ich helfe dir grad zufällig Mühe abbauen. Ich hab nur drauf, dass das ganze Zeug von League of Legends da drauf ist. Also, jetzt komm mit. Ja. Und zwar hier unten. Ja. Müssen wir hier lang gehen. Pass aber auf, da geht's runter. Da ist ja Redstone, wenn's zieh ich. Oh, ja. Und da ist ein Skelett. Achtung, gemacht das Schussball. Okay, lass mal hier. Okay, das Obsidian. Oh mein Gott, ich bin zu schlecht. Das Lava. Tot. War absurd. Wasser. Äh, Juli, pass auf, gerne, dass drauf geh ich. Ja, ja, ich pass auf. Wir brauchen Obsidian für Näter. Wir wollen nicht irgendwie erstmal irgendwo einen Plan machen. Warum für Näter? Achso, wir haben aber keinen. Wir haben keine. Warte, nichts abbauen hier. Ja, ja, ich bin ja nicht blöde. Vielleicht brauche ich hier erstmal Diamanten. Oh, jetzt spackt's grad ein bisschen. Ja, bei Lava, ich weiß. Was zu heute macht ihr gerade? Höhenerkundung. Farmen. Weil ihr habt ja die ganzen Rohstoffe. Wow, hier sind sogar gleich zwei Smaragde nebeneinander. Ich weiß mal, dass die spawnen bloß alle tausend Blöcke oder so. Ja, normalerweise, das war auch so. Vielleicht war das mal. Warte mal. Normal. Das Smaragde, alle tausend Blöcke spawn. Boah, Lapis Lazuli ist so wichtig. Ja, total. Leck. Die Lecks sind manchmal so tödlich. Was macht denn ihr zwei eigentlich gerade? Ja, ich versuch mir gerade Musik anzumachen. Äh, Juli, wo bist du eigentlich gerade? Vom letzten Mal auf ganz lautes. Ich bin bei Lava. Ich seh deinen Namen nicht mehr. Ach doch, jetzt. Genau in die Richtung, wo du jetzt lauscht. Ja, ja. Oh man, das ist aber böse. Hey, wo bist du hin? What the fuck? Lol. Alter. Okay. Okay, warte mal. Ich hasse es. Kann man da irgendwo Lava ausstellen? Warst du Optifine? Nö. Dann kannst du keine Lava-Animation ausstellen. Oh, ne. Kann ich da runterspringen ohne zu stehen? Ja, ja. Was ist das für eine Frage? Das sind drei Blöcke. Ja, aber Janus warf immer nie bei so einer Intelligenz. Ja, okay, da. Also bei mir weiß man wirklich nie. Wo bist du jetzt schon wieder hingelaufen? Da, wo Wasser. Da, äh, da wo, äh, Licht ist. Ach, da. Weil hier sind Rohstoffe. Weil hier ist die Kohle nicht mit. Wollte ich. Ich wollte das mal ausleuchten. Hier, jetzt ist Jonas irgendwie weg. Keine Ahnung. Bewegt er sich? Äh, ja, aber der ist gemutet. Ja, dann, ich hab wahrscheinlich, äh... Oh, hups, ähm, ja, ich hab grad aus Versehen. Ja. Okay. So, verlaupt. Wo bist du? Ich bin hier oben, du Mongo. Oh, oben, du Mongo. Hier über dir. Hä, wo? Hier auf dem Adblock. Da. Oh mein Gott. Es ist schon ein Vorteil, wenn man Augen im Kopf hat. Oh, auf dem Adblock. Ach, so, da. Mann. Oh, oh. Ich weiß ja nicht, aber ich find irgendwie jedes Mal, dass meine... Dass meine Sichtweise immer am besten ist, hab ich so das Gefühl. Deine, ja, weil's bei dir auch nicht ruckelt. Ja, nein, das hat da... Das mein ich gar nicht, aber ich mein, wenn ich aufnehme, da passiert halt am Ratschen. Nein. Hör auf. Nein, nein. Nein, aus, 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 aus. Alter, ich seh schon wieder nen Smaragden. Ja, ich seh schon schön Sachen weglegen, ne? Ja. Auf Auskampf. Nein. Okay, jetzt hab ich schon vier Smaragde. Was muss ich anpflanzen, anpflanzen? Wart. Mein Gott, was macht... Ich hab zwei Kartoffeln dabei. Was, warte... Oh. In meine Richtung. Oh, Mann. Wieso wurde ich von dir zum Fallen, verdammt? Weiß ich echt jetzt. Ah, lol. Ja, toll. Wo sind meine Sachen jetzt? Ja, hier unten, würd ich sagen, ne? Oh, da war meine Richtung dabei. Und das ganze Feld ist kaputt. Ey, hier unten geht's in eine Höhle rein. Wo denn, würd man sagen... Nein. Die auf... Die Aufnahme-Session, die besteht aus vielen Toten. Und durch ne Höhle-Tour, oder? Äh, Juli, wir waren auch schlau. Wir hätten uns vielleicht in unsere Betten legen sollen, bevor wir hier reingehen. Ja, gib euch meine Sachen. Ach du Scheiße. Da runter geht. Ich wär dafür, wir laufen jetzt geschehen zurück. Äh, ich werd runtergetrieben. Ey, lol. Und dann nochmal hierher. Ja, weil, äh, wir kommen da nicht weit mit dem, was wir erstens dabei haben. Und zweitens müssen wir dann wieder Ewigkeiten herlaufen. Wie viel Eisen hast du? Ich würd dir mal sagen, fürs Erste reicht's ja auch. Ja, ich würd halt sagen, fürs Erste reicht's ja auch. Ähm, ich bin ihm nach ganz unten gefallen gerade. Weißt, dann können wir vielleicht mal... ...unser Grundstück da machen. Ja, unser Grundstück... Ist die Rüstung schlimm? Ja. Äh, nee.